Herzlich Willkommen zurück zu... Alter, was ist denn der für geile Schwerter? Zurück zu Dark Souls 2. Wir reisen nochmal kurz zurück nach Majula, um unseren Drachenring des dritten Typen zu reparieren. Der ist uns nämlich kaputt gegangen. Und wir haben einiges geschafft. Wir haben jetzt die Geister wieder schmerzhaft gemacht, sag ich mal. Und das heißt, wir können alle platt machen, die da rumlaufen. Na ja, Schnauze reparieren. Diesen Ring für 5000, ja, mach doch. Ach, dann können wir auch gleich mal unsere Rüstung verstärken. Wir haben ja einige Titanitscherben bekommen. Elf Stück haben wir bereits, okay. Wo ist denn unsere Rüstung? Plus 2, plus 2. Okay. Plus 3. Plus 4. Plus 5. Okay, so. So, wir brauchen nicht mehr viel. Dann haben wir unsere Rüstung komplett und jetzt sind wir noch stärker. Jetzt sind wir... ...übermächtig. So, wie viel brauchen wir eigentlich für ein Level Up? Achso. Ist ja nur ein bisschen. Okay, dann reisen wir mal zurück. In die geheime Heiligtumskammer. Er swing. So, theoretisch fehlt uns nur noch eine Sache, die wir hier machen müssen. Und zwar... Die Fotze da... Äh, äh, äh. Die Hexe da töten. Oh. Kann die sich drehen? Oh, ja. Na, die ist voll gefährlich. Bam. Tot. Tja, ne einfache Wand blockiert sie. Das ist ja... ...toll. Für sie. Da, dieses Ding, dann müssen wir noch irgendwie öffnen können. Der Schalter da oben macht die Teile hier an. Die Spikes. Vision von links. Und dann versucht Distanzkampf. Ja, in der Tat. Was soll das denn? Okay. Oh. Hehe. Sah geil aus. Ging aber leider voll daneben. Wir waren doch nicht Batman. Wir sind direkt vor seiner Fresse gelandet. War ein bisschen peinlich. So. Machen wir erstmal die Typen hier. Oh. So. Das Ding muss hier nur noch geöffnet werden. Ist auch... Eine Decke ist nichts. Vielleicht wenn man dann durchschießt. Da. Da ist der Schalter. Ich versuch mal was. Ich versuch gleich mal was. Ich bin jetzt voll experimentierfreudig. So. Vielleicht kann man ja von hier tatsächlich... Äh. What? Jawohl. So. Dann müssen wir gleich von... Müssen wir gleich von unten schießen. Ist zwar ein bisschen aufständlich. Umständlich. Ne. Nichts da. Gut, dass sie ihren AOE-Angriff gemacht hat. Weil sonst wäre das vielleicht ein bisschen kompliziert geworden. So. Kann man doch vielleicht von hier aus... Boah. Ne. Man muss runter. Na ja. Distanz kam. So. Und jetzt wieder hoch... Und dann noch einmal durchschießen. Müsste machbar sein. Weil da hinten ist eine Truhe. Die will ich haben. Und dann... So. Jawohl. Too easy. Wahrscheinlich eine Falle. Ne. Verleugnung. 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 Was ich so komisch an. So. Jetzt haben wir hier... Glaube ich alles. Das heißt, wir können einfach mal... Runter gehen. Na. Schalter. Da. Falls ihr die letzte Folge nicht geschaut habt. Um zum Leuchtfeuer zu kommen. Autsch. Weißt du? In den normalen Gebieten... Hatten die... Alle Leute nur... Eins. Eine Waffe, ja. Und hier haben sie mal gleich... 50. What the f... Kommt ihr denn da hin? Okay. Gleich sind wir doch wieder da, wo wir nicht sein wollen. Achso. Wie ist der gestorben? Keine Ahnung. Sind wir doch gleich wieder... Ich will nicht. Vorsicht vor Schwere, Nöte. Rückzug, ja. Vorsicht vor Schwere, Nöte. Gut. Flinkfinger. Ja, den Rufner, den haben wir ja schon geplättet. Boah, wie viele Leute bei ihm gestorben sind. Ja, wir sind auch einmal gestorben, aber... Nidara, Gegner. Mut. Ja. What? Nebelwand voraus und dann Leuchtfeuer voraus. Zerfeind. Deshalb Durchbruch. Vielleicht sollten wir echt durchlaufen. Okay, tryen wir das mal. Einfach durchzulaufen. Lauf, da hinten ist doch das Leuchtfeuer des Glücks. Nicht springen. Leuchtfeuer. Und hinsetzen. Kann Leuchtfeuer nicht benutzen. Rennen. Oh. Hehe. Männliches Geschrei. Bis sie jetzt einfügen. Puh. Wo müssen wir überhaupt hin? Oh. Naja, komm. Hier. Yolo. Yolo, Bitches. Wir haben es geschafft. Die verfolgen uns nicht mal. Puh. Jesus Christ. Was ist das? Oh, Drachenstein benutzen. Okay. Das ist das Quest-Item der Drachenstein. Ach du Scheiße. Äh, ich meine, das DLC-Item für dieses Gebiet. Shortcut. Wofür führt er uns denn hin? Wohin führt er uns? Ich hoffe nicht in den Tod. Das wäre ein bisschen scheiße. Ja. Was ist das, wofür ich es halte? What? Warte mal. Sind wir hier am Start? Wir sind am Anfang. Nee. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Äh, what? Ja. Ist der hier nach vorne? Einfach geradeaus langgelaufen? Ja. Für den Arsch. Ah, ich glaube, das ist ja so eine Art, äh, Mittellift. Der führt uns jetzt nach ganz oben. Neues Leuchtfeuer. Jawohl. Und dann können wir auch gleich den Drachenstein benutzen. Uh, ich bin gespannt. Dann sind wir ja schon mit dem einen DLC-Gebiet durch. Ist ja lame. Und dafür habe ich Geld ausgegeben. Ja. Ja, Schülwa statt des Heiligtums. Ja, blablabla. Leuchtfeuer. Jawohl. So. Wahrscheinlich habe ich die Hälfte vergessen. Vielleicht ist es auch noch nicht vorbei. Vielleicht führt es uns ja... Vielleicht war das doch erst der Anfang. Ja, guck dir das an. Diese Rolle, die war doch episch. Also, das Fahrstuhl mach hinne. Ich kann nicht mal gegen die Wand laufen. Ja. So. Runter hier. Ist aber auch ein bisschen blöd, dass man zwei Fahrstühle benutzen muss, und nicht nur einen. Naja, ist aber egal. Boah, guck dir, wie tief ist das denn? Oh. Oder auch nicht. Waffe voraus, aber sinnlos. Was ist das denn? Wie ein Traum, ja. Kann man das kaputt machen? Nö. Sieht schön aus, erst mal kaputt machen. Sind wir denn jetzt? Item, jawohl. Drachenblut, der Großschwert. Drachenblut, Großschwert. Mh, da. 150? Okay. Vergessen wir es? Ach genau, warte mal. Hier. Komm. Wir sind schneller unterwegs. Macht eigentlich keinen Unterschied. Depp, 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 depp. So, jetzt wird's spannend, Leute, von heute. Jungs und Mädels. Jetzt wird's spannend. Jawohl, Drachenstein benutzen. Oh oh. Ah. 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 Okay. Cool. Läuft. Jetzt können wir wieder hochgehen, ja. Ich hatte... Nur weil ich Schiss hatte, dass da jetzt irgendwas kommt. Ähm. Toll. Und nächstes Mal muss ich ganz dringend Facebook ausmachen. Aber dieses... Geht ja voll auf die Nerven. Tut mir echt leid. Ach ja. Ne, wartet mal. Deswegen gibt es hier einen weiteren Weg. Äh. Verdammt teuer. Schwäche Dickwands. Joggen. Hä. Hä. In Bewegung bleiben. Viel Erfolg. Abgewähnter Blick. Trotz... Ja, sieht geil aus. Heiligtunus Drachen jetzt von wo ganz anders. Ja, ne, ich will hier hoch. Ich will nicht schon wieder runter. Ach so. Okay. Oh. Oh. Was sind wir denn jetzt? Ah, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Okay, jetzt müssen wir hier runter. Da unten ist die Nebelwand des, äh, des... Der Verdammnis. Okay. Der Ronimo. Lass mal voll in den Gegner reinlaufen. What? Wer bist du denn? Ein Ritter der vergangenen Zeit. Jawoll. Boah, du hast aber echt voll viel Leben, Alter. Zu wenig für uns. Sieht ihr das, was ich sehe? Drei von diesen kleinen Biestern? Was? Hier war schon jemand. Das ist jetzt mal richtig scheiße. Der Kackritzer. Warum hat der nichts gedroppt? Ja, da oben, ihr könnt mir voll egal sein. Ganz ehrlich. Hä? Wer schießt denn da auf uns? Hä? Na ja, voll geil. Wir hätten da auf uns geschossen. Das war das Geilste, was wir jemals gesehen haben hier. Hat sich... Ach, der Typ da oben. Na ja, du kannst mir eigentlich theoretisch voll egal sein. Äh. Was? Ich würde sagen, wir nehmen den direkten Weg, oder? Ne. So wie der Fallschaden hier ist, äh... Zwei Meter und ist ein Tor. Okay. Gehen wir hier durch dieses Labyrinth. Okay, darauf bringt es wahrscheinlich nichts. Springen wir mal einfach hier runter. Darüber springen traue ich mich nicht. Also gehen wir... Okay. Gehen wir hier den einfachen Weg. Kein Item. Ah, ein zweiter Ritter. Oh, hast du nicht genug in... Belastung gesteckt? Ja. Ritter habe... Mann der Stunde. So, die greifen uns an, also sind sie nicht freundlich. Oh, ein Item. Hexen... Hexerei-Urne. Ich wollte gerade schon Hexerei-Urne sagen, aber... Ein Ruhne, genau. Eine Hexerei-Urne. Eine Hexe? Ne. Ne. Vergisst es. Vergesst es ganz schnell. Okay. Jetzt hier runter. Ja, der lange und kaputte Weg führt zum Ziel. Nehmen wir mal eine Flask. Wir haben ja noch sieben. Sieben Stück. Leuchtfeuer voraus. Was? Illusion und dann Leuchtfeuer voraus. Ein scheiß Ritter vielleicht, aber... Mann, guck mal, der macht doch nix. Oh, der blockt. Das ist nicht geil. Oh, das ist jetzt richtig scheiße. Mann, komm her, Alter. Du bist doch eh schon tot, so lange wie das... Oh, der hat einen Lebensbaum auf seinem... ...auf seinem Schilde. Boah. Soll der nochmal rundschillen. Was, Illusion? Was? Hurra für springen. Ja, toll. Schaden. Illusion voraus. Das ist geil. Man sollte es vielleicht besser... ...ähm... ...Geheimfahrt voraus nennen. Aber naja. Hä, wisst ihr was? Hö, hö, hö. Äh, Orte. So. So, Illusion ist immer so ein bisschen komisch. So. Jawohl, Leuchtfeuer. Das ist doch mal ganz geil. So, jetzt hier zwei Ritter. Oh. Er hat was drauf. Aber er ist immer noch zu langsam für uns. Ah. Doch, zu langsam für uns. Oder wir sind zu schnell für ihn. Na komm, hier. Pam. Das war der eine. Hier ist ja nur noch ein anderer. Öh, oder auch nicht. Oder doch. Hö. Das war richtig schlecht. Aber egal, wir kommen gut voran. Ich hab den nicht gesehen. Ich dachte, es wären solche Gegner, die nur einmal da sind. Wisst ihr? Weil der eine kam auch von links. Und... Da seht ihr, der... Jetzt kommt er von rechts. Oder hat er seine Wege? Keine Ahnung. Weiter, ich muss Ausdauer regenerieren. Was war das denn? Oh. Er ist ausgewichen. Oh, shit. Oh, du bist ein ganz Böser. Nicht zu lange, äh, lol. Aus, äh, blocken, weil dann... Dann aktiviert man wahrscheinlich den Trigger, dass die, äh, einen töten wollen. Ja, jetzt weiß ich, dass du da bist. Aha. Hö, ich kann's besser als du. Und machen mehr Schaden. Naja, prozentual vielleicht nicht, aber... So. Ähm... Gut, wir sind gleich unten. Nachher unten. Ähm... Ja. Was ist das hier? Boah, ist das scheiße. Alle Schatztron schon leer. Drakenblut-Rüstung. Das hier wahrscheinlich. Drakenblut. Ist das ein gutes? Das ist ja minder prächtig. Wie sieht denn die Rüstung aus? Oh. Edel. Aber alle Schatzkisten leer. Und das ist scheiße. Ja. Darf man jetzt mal gesagt haben. Äh. Hä? Hä? Sackgasse. Okay. Hier geht's also nicht weiter. Weil da rüberspringen. Äh. Da rüberspringen. Okay. Der Safe. What the fucking hell? Alter, war das knapp. Ja, da springe ich gerne rüber. Das ist ja nicht allzu schwer. Aber hier ist auch ein Item. Und zwar Rebenbalsam. Bitte. Wart. Goldfrucht. Erhöht vorübergehend. Die Schiegel. Okay. Wir müssen hier bleiben. Denn sonst würden wir einen anderen Ritter... Oh. Einen anderen Ritter locken. Und es ist immer einfacher. Einer gegen einen als zwei gegen einen. Also von daher. Ach die. So sieht Rüstung übrigens aus. Das sind Drakenblutkrieger. Glisternde Titanie dreimal. Jawohl. Oh. Ich glaube wir können jetzt zweimal wieder aufrüsten. Weil wir jetzt vier haben. Jetzt ganz leise. Ventrush. Ne. Ventrush. Wow. Okay. Der hat Ohren wie ein Luchs. Lass mich kurz trinken, Kollege. Danke. Der Lebensbomb auf deinem Schild ist recht nett. Beeindruckend. Deine Beinarbeit auch. Nur zu langsam für uns. Jawohl. Glitzernde Titanie. Nochmal dreimal. Läuft bei euch. Glatterseitiger Stein. Okay. Können wir wieder umtauschen. Umtauschen. Ähm. Ist da weit. Wir haben genug. So. Jawohl. Und dann benutzen wir kleine Steine. Um unser Leben zu regeneraten. Weil wir sind gleich da. Oh. Da wollen schon wieder Leute gesummelt werden. Da scheint irgendwas auf uns zuzukommen. Aber. Drachenrast. Gucken wir uns gerade nochmal hier um. Äh. Secret. Ne. Äh. Hallo. Ja. Sinnlos. Hurra für irgendwas. Ich will hier raus. Ruhig bleiben. Trost. Wow. Du bist ein ganz cooler. Hurra für Frauen. Kurz gesagt. Oh. Ist ja dunkel. Okay. Hier unten gibt es nichts. Oh. Aber. Ich bedanke mich erstmal wieder herzlich fürs Zuschauen. Und dann. Geht es dann auch schon. Morgen weiter. Mit dem Boss. Der hinter dieser Nebelwand liegt. Also man sieht sich. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.